Hey ho, was geht? Mein Name ist Erik und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen, ja, Zwischenprojekt, und zwar von Trades Evolution Gold Edition, ja, bitches. Mit mir dabei ist, wie ihr schon seht, Ompalz, der olle Fettsack Moritz. Hey! Ey! Ja. Ja, und ihr müsst wissen, Erik ist der absolute, also erstmal hallo nochmal, ja? Erik ist der absolute Obermongo. Ja. Und deshalb fangen wir jetzt auch gleich an und Erik kann nämlich schwer und nicht, wir nehmen die Phoenix Evo 250 CC, oder? Ja. Ja. Und den Blieben. Ja. Oh, muss weg. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich vielleicht, ja, okay, jetzt hab ich die Skorpion. Dein Ernst. Wie schluss. Weil ich hier dann gerade noch mal rüber in seiner Unternehmung fangen. Bam! Okay, die Strecke. Noll! Oh, der fuck! Ich sehe nicht, ich probiere, scheiße! Was war zurücksetzen? Was war zurücksetzen? Oh, meiner. Was? B? Ah, ja. Das ist bei mir. Bei mir auch. Nee, aber ich hab sonst immer mit Tastatur gespielt. Jetzt spiel ich zum ersten Mal mit, ähm. Alter, ohne Spaß, wahr? Ich komme nicht über die Katastrophe. So, jetzt. Hui! Nein! Drehen! Alter, Junge, wahr? Okay, also die Runde ist jetzt schlecht. Rumpf! Alter, Junge, wahr? Das geht gar nicht, glaube ich, ich scheiße bin ich da. Ich finde die Kamera profiktiver. Oh, ja, das ist... Das ist... Alter, Junge. Ja, das geht gar nicht. Hui! Jetzt fahre weiter! Alter, willst du mich verarschen? Ich hab mich schon im Wiederholung gemacht. Was ist denn los? Was, Dick? Ja, jetzt hab ich einen neuen. Kein Problem. Ja, und ich weiß, ich komme auf die eine Kante hin, nicht hoch. Nicht ins Wasser! Alter. Kamera profiktiv überhaupt nicht am strengen. Oh, der fliegt bei mir die ganze Zeit rückwärts. Oder muss das so? Hups! Hörnach! Alter, die Kamera geht ganz klar. Ach! Nicht hinfallen! Nein! Die Platte geht noch zwei Sekunden. Der geht irgendwie gerade alles wegen Bach runter. Lock. Ja! Ja, voll gut, hallo. Das war so geplant übrigens, nur mal so als Info. Ich hab Erik gestern übrigens auch schon abgezogen. Ja, gerne und. Ich bin halt innen dort besser. Zumindest. Das hab ich auch die Phoenix genommen. Ja, ich weiß, das beste Motorrad. Da ran. Ja, die Phoenix? Ja, du hattest vorhin noch aufs Glocken-Denken. Das ist doch besser. Ach so. Ja, sowas ging schon besser. Ja, wenn du meinst. Okay, voll nicht schluss. Ja, ich hab dich aber auch da. Ich hab mich bei der Sprechmotor und ich hab dich abgezogen. Ja, bist du irgendwann abgehauen. Bist du wohl zu feige Gas. Alter, ich hab auch Spaß. Ich bin ja zu schluss. Geht gar nicht, ja. Nein, ich hab dich denn. LOL, was ist das denn? Das ist natürlich geil. Ich denk mal, mach ich hin. Ja, jetzt hab ich mir uns überholt und jetzt erstmal hinfangen. Bei mich steht irgendwie, dass hier ganz klein Warte auf einen Spieler. Wo denn? In der Mitte des Bildschirms. Hätt mir was auch gemacht. Hör mir nicht. Ist der da komisch. No, jetzt bin ich ja nicht ernsthaft gegen gefahren, oder? Oh, der auch. Nein, ich... Nein! Hab ich zu dir gebrannt, scheiße. Nein! Komm, Erik. Nein, das ist hier. Ich schnuppere es schon. Mache! Nein! Oh, Motto, kannst du vor wenigstens, weißt du das? Ja. Ich bin ein Teil. Ich werde vielleicht nicht immer zurücksetzen, aber auch wenn ich noch gar nicht tot bin. Dann sagst du, oh, witzig, dann hast du noch mal bekommen. Jawohl, ich bin durch. Nein! Durch da! Oh, du ist erster, ja. Ich weiß nicht, ich soll mich da noch reingestiegen. Ja, aber ich habe trotzdem, ich glaube, ich kriege gar keine Punkte. Das kann auch sein. Da kommt 10. Ja, jetzt kommen die Minuspunkte. Oder? Nein. Die Minuspunkte kommen vorher. Achso. Ja, ist kein Problem. Schnell gemacht. Schwer. Oh, scheiße. Ja, ich schiebe mir wieder das Ganze, Clem. Was ist denn los? Nein! Was ist es schwer? Ach, du schieb, es bewegt sich. Ah! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Ah! Haus ist theoretisch egal, wie oft man sich zurücksetzt. Äh, ja, kann sein. Ich weiß nicht, kommen hier nicht mal mehr die erste Dinge zu hoch. Moritz, das geht nicht. Der ist... Ich bin aber schon rüber. Ja, aber du hattest mehr an... Oh, da ist Feuer. Ah, jetzt. Nicht in den Ernst, komm. Nein! Mann! Da kommt man aber ohne Anlauf nicht rüber. Oh, jetzt brenne ich. Das ist traurig. Alter, jetzt. Wunsch, was ich kriege. Oh Gott. Ah, jetzt bin ich... Oh, jetzt bin ich explodiert. Jetzt fallen doch nicht schon wieder hin, du Megamongo. Nicht hinfallen. Ja, ich hoffe... Alter, war... Bö... 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 Mann, ich bin voll inkompetent, Moritz, ah... Boah, wenn meine Schwester sagt, ich kann mich schon ein bisschen üblich verfolgen. Ah, ja, komm. Okay, Leute, ihr seht mich jetzt gerade richtig geil failen aus. Kein Problem, das kennt ihr ja. Aber wir haben schon... Ich zumindest, ich hab noch nicht wirklich gespielt. Als Ausrede erstmal so... Es kommt da rüber, Alter, war... Okay, warte, ich spür's jetzt mit der Tastatur. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr... Äh, was war das? Okay... Zumindest komm ich jetzt schon mal hier besser rüber. Aber ich gefährlich ja nicht. So, jetzt ruhig. Jetzt bleibt doch noch nicht immer hängen, du! Auf'n Spazze, ey. Ja, es geht bergauf. Okay, vergiss das. Aber das ist das Größte aber für Scheiße, Mann. Alter, aber ich krieg's gleich. Ich, ich, ich... Miau! 35 Euro ist das neue Rekord, ich glaub. Da bin ich wieder. Alter, du glaubst ja, ich... Ich komm hier nicht über die ersten Checkpoint rüber. Bist du immer am Anfang? Ja, ich komm hier nicht rüber. Ich, unspeiß ich, ich hab keine Ahnung. Ich... Ja, jawoll! Nein! Darüber! Dann wär's ja nicht hängen! Nein! Nein, wie das gibt es! Das ist einfach nur so gay, Mann. Das kann man schon mal so sagen. Ja, ich brauch was. Ja. Fischst du was? Ich hab schon... Viel in die einige, als wenn du einfach mal ein Stück zurückfährst. Am Anfang? Ja! Ja, jetzt. Ja. Jetzt hast du's doch dann geschafft, Rekord. So, ich würd sagen, es war ganz gut. Ich hatte 41... Ja, das geht klar. Wie viel zurückhaltend hast du? 41. Dafür gibt's doch einen Punkt, ey. Ja, das war voll gut. Oh, jetzt kommt aber einfach. Das ist gut. Kommt Supercross. Voll gay. Äh, das kann ich vielleicht sogar. Ja, also hier, weil ich jetzt auch meine... Oh, wer bin ich denn davon? Oh, ich bin ja... Oh, ich bin ja... Cool, ich hab jetzt voll einen Überschlag gemacht. Warte noch hoch! Hoch da! Schneller! Er darf nicht abbauen! Oh, nee, oder? Ach, jetzt bist du schon wieder durch. Hm? Komm, ich muss es jetzt noch schaffen, ich hab nicht das, was ich jetzt hier kriegt. Fah, 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 fah! Ja, nicht voll kurz vorm Ziel! Ach, das gibt es nicht, wahr? Halt, ey. Hihihi. Oh! Ich finde, das ist ganz schön sch... Scheiße. Dafür bekommst du nicht mal einen Punkt. Du hast auch einen Minuspunkt bekommen. Warum das denn? Weil ich die Schlussstellung hatte. Ohne Kommentar. Ich finde es ziemlich beschiss hier. Ja. Das sehe ich nicht ein. Ja, du riechst jetzt in die ersten Matchen. Ja, ist mir egal. Du kannst jetzt sagen, was du willst. Ja, jetzt. Jetzt komm, Erik, jetzt. Erik, jetzt. Erik, musst du erst mal warm fahren. Ah, fah, 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 fah. Ja. Ja, 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 weil ich das fahre, fah, 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 das ist jetzt hier... Nicht hinfucken! Ja. Ja. Jawoll! Ja. Ne. Aber das ist natürlich traut muss. Bam! Uh, wahnsinn, Erik. Ist dein erstes Rennen wie ein zweites, was du denn bist. Ja, ein zweites, ja. Von sieben. Ja, war mal nicht, ich hole es wohl auf. Nein, aber wir sind. Ich finde, das stimmt... und ich bin denn warum habe ich jetzt den hell warum ich kann Das ist ein geiler Name. Nein! Scheiße! Gas geben! Ich muss schnell über die Tastatur fahren! Schnell! Ich spinne meinen Controller gerade ein bisschen rum. Junge! Komm, komm, komm! Noch hin! Komm! 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 Das ist die letzte Strecke. Ich kann nicht mehr gewinnen. Ja! 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 Es liegt mir auch ne Aufnahme, es ruckelt. Na, auf jeden Fall! Oh, jetzt kommt wieder die Trailer! Oh, jetzt kann ich nicht! Edel Apex! Mach! Oh! 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 Gibt Gas! Ja, Unfall. Einfach nur Unfall. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich war der einzig bessere Spieler. Ja. Ja, war für ein Knapperloch. Ganz schön knapper. Ich würde sagen, ich bin der Sieger Erik. Ja. Weil du auch Erik halt. Ja, hässlich. Ja, würde ich sagen, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ja. Tschüss.